Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls V Skyrim. Wir sind das letzte Mal da stehen geblieben, dass wir mit Mercer frei in die Schneeschleierzuflucht gegangen sind. Dort wollen wir uns jetzt auch mal weiter fortbewegen. Und wir standen hier vor zwei Räumen. Ich öffne erstmal den hier, bei dem muss man aufschließen. Wird es wohl danach nicht weitergehen. Uh, das war zu viel. So dürfte es eigentlich gehen. Jo, perfekt. Aha, okay. Das nehmen wir natürlich alles mit. Hier findet man wieder sehr viel Gold. Das freut mich immer richtig. Uh, oh. Ja, da war ich zu blöd. Okay, eine Truhe. Erstmal die Urne noch. Die Truhe. Was haben wir hier? Nochmal 22 Gold. Sehr schön. Das war's hier. Ah, da ist ein Gegner. Den können wir sicherlich tippen. Sag ich doch. Okay. Hier unten sind noch mehr Gegner. Den kriegen wir. Oh, das ist ein ruheloser Trauger. Oh, das ist ein ruheloser Trauger. Der hat es hinter sich. Der auch. Oh, das war daneben. Auch ein ruheloser Trauger. Das ist auch hinter dir. Wenn jemand von hinten kommt, ist ja Mercer zum Glück da. Ja, ja, da werden wir ihn ja voll. Zack. Und dann noch ein Skewer. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und jetzt ist hier noch irgendwo einer. Ich kann ihn nur leider nicht sehen. Ist er hier oben? Ist auch egal. Wir gehen jetzt einfach runter. Es ist wie gesagt nur noch dieser eine. Das macht man Mercer. Mercer kann nämlich nicht sterben. Das ist schon ein bisschen feige, ne? Los, den übernimmst du. Perfekt. Zeitverschwendung. Ja, das finde ich auch Mercer. Das war schon ein bisschen Zeitverschwendung. Aber die ganzen rauben wir jetzt noch aus. Jetzt können wir dagegen laufen. Ist scheißegal. Können sie gerne aufwecken. Drei Diebes haben wir schon mal gelesen. Können wir nicht nochmal lesen und dadurch Erfahrungspunkte bekommen. Und an der Kette müssen wir ziehen. Sehr gut. Weiter geht's. Jetzt kommen wir hier runter, wo wir die ganzen Drauger, denke ich mal, schon getötet haben. Und den Einsgeber natürlich. Obwohl der ein bisschen erhöhter stand. Oh, da sind ja noch welche. Was ist das für einer? Ein Ruheloser. Ja, ja. Sabbelnett. Der andere, der ist bestimmt da irgendwo oben. Ich kann ihn von hier aus nicht sehen. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Wir werden jetzt... Was werden wir verbessern? Errungenschaft frei gespielt. Adept außerdem. Gesundheit, Ausdauer. Komm, nehmen wir noch einmal Ausdauer, weil wir bald nichts mehr tragen können. Aber können wir denn eigentlich jetzt mittlerweile auch was in der Schießkunst verbessern? Beim Schleichen, ja. Beim Schleichen werden wir... So. Ups. Schleichangriffe mit Einhandwaffen verursachen, einen sechsfachen Schaden. Das haben wir nicht. Das Geräusch, das Rüstung verursachen, ist um 50% leiser. Dieses lautloses Abrollen, das bringt uns erstmal alles nichts. Wir warten da drauf, bis wir hier Stufe 40 sind. Dann können wir hier etwas ausrüsten. Und ruhige Hand können wir ausrüsten. Adelauge haben wir schon. Ein mächtiges Schuss brauchen wir noch ein bisschen. Okay. Wir warten erstmal noch mit dem Ausrüsten. Bis wir noch ein bisschen mächtiger geworden sind. Hier nehmen wir, wie gehabt, alles mit. Oh ja, alte Nordpfeiler. Auch wenn ich die eigentlich sehr, sehr selten benutze. Haben oder nicht haben, sage ich bei solchen Sachen immer. Nehmen wir liebend gerne mit. Und du hast auch noch mal ein bisschen Gold. Hier muss aber noch irgendwo einer sein. Hier oben vielleicht. Hier liegt auf jeden Fall noch ein Drauger, den wir ausräumen können. Geht es hier weiter? Oder ist das einfach nur ein Raum, wo wir ein bisschen was absnacken können? Sieht mir aus wie ein Raum, wo wir ein bisschen was absnacken können. Aber da, nehme ich mal an, kommt ein Gegner raus. Soll uns recht sein. Was müssen wir dafür machen? Wenn wir da oben drauf springen. Oder irgendwas. Hier ist doch bestimmt was drin, Mensch. Vielleicht ist das aber auch ein Ort. Jetzt habe ich das Leinentuch mitgenommen. Das werde ich jetzt erst mal ausrüsten. Das ist bestimmt unser Sonstiges. Leinentuch reinlassen. Was, wenn man vielleicht in einer anderen Mission hier oben holt. Und dann kommt der da raus. Naja, gehen wir einfach wieder runter. Weil hier oben können wir scheinbar nichts weitermachen. Okay, weiter geht's hier. Hier liegt wieder ein Drauger. Wo wir uns natürlich schön dran bedienen. Wie immer. So langsam. Dürfen wir. Ja, noch 1000. Dann haben wir genügend Gold zusammen, um uns das Haus zu kaufen. Das werden wir dann auch sehr schnell machen. Hier ist etwas um die Ecke. Ein Skiba. Warum war das denn jetzt daneben? Das müsst ihr mir mal erklären, warum das daneben war. Ich habe nicht gegen eine unsichtbare Wand hier geschossen. und der Pfeil ist hier gelandet. Wenigstens kriege ich ihn wieder. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Naja. Ist ja auch egal. So. Hier oben können wir weiter. Versteckt sich hier was hinter? Nein. Und da kommen wir in die nächste Abteilung der Schneeschleier zur Flucht. Wo ist er überhaupt? Mercer? Mercer? Alter, bleib halt hier. Ist mir auch egal. So. Weiter geht's. Im Programm. Ich hoffe, dass es um etwas Wichtiges geht. Ach, du bist schon durchgegangen scheinbar. Oder wie? Steckt hinter mir. So. Mal gucken. Ihr da lebt. Ich habe nicht viel Zeit zum Plaudern. Was? Ja, als Mord nicht eigenes Spezialgebiet der dunklen Bruderschaft. Da wollte ich auch gar nicht mit dir drüber reden. Ich habe dich aus Versehen angesprochen. Hat das nicht so ausgesehen, als ob da einer hier Pfeil und Bogen in der Hand gehabt hätte? Habe ich mich da so getäuscht? Meint, gegen Pfeile habe ich halt nichts, ne? Haltet eure Augen offen, euren Mund verlassen. Ja, ja. Ja, ja. Komm halt her. Da ist noch einer. Ja. Da war noch einer. Besser gesagt. Der Mercer macht sehr wenig für sein Geld. Geld sozusagen. Ah, du lebst. Das war... Das sollte nicht lange dauern. Du lebst auch. Da ist er. Ihr könnt euch vor mir nicht stecken. Vor mir auch nicht. So. Durchsuchen. Sehr schön. Sehr schön. Alles mitnehmen. Ich dachte schon, da wären Falle dran gewesen. Aber es sieht nicht so aus. Hier können wir aber durchlaufen. Das ist jetzt auch egal. Der ist eh schon wach hier. gewesen. Beziehungsweise jetzt ist er wieder tot. Oh, eine Adepten-Truwe. Ah, das sieht gut aus. Okay, ein Stückchen zurück. Jawohl. Orkische Pfeile, Gold, Zaubertränkterheilung und einen Stahlstreitkolben. Den lassen wir da. Den brauche ich jetzt nicht so. Die HD mit Onyx bringt überhaupt nichts. Ist nichts wert. So. Wollen wir mal gucken. Hier noch irgendwas an den Wänden. Da war eine Falle hinter und jetzt sind wir vergiftet worden. Naja. Ist halt so. Hier, Mercer bleibt mal da drüben. Tschüss. Hier ist sie auch vorbeigekommen. Komm, Mercer, ich lasse dich mal mitkommen wieder. Ach ja. Wenn ich die Tür aufmache, kommt das ja da raus. Ah. Gegner. Nein. Ein Gegner war das, Mercer. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich habe ihn erledigt, Mercer. Du kauerst da ja auch schön vor brannte Leiche. Hattest aber noch ein Stückchen Gold dabei. War also. Du warst der Sache zu nutzen. Knochenmäher. Gold und Knochenmäher. Ich trage zu viel. Ich kann nicht rennen. Wie ich euch es gesagt habe, Freunde, es musste irgendwann mal dazu kommen. Haben wir irgendwas schweres, was nichts wert ist. Achse von Weiß laufen nicht eigentlich schon ganz gut. Also den hier. Den haben wir zwar selber hergestellt, aber den lassen wir auf jeden Fall mal fallen. Das ist Quatsch, dass wir den mitnehmen. Bekleidung haben wir. Diebesgelten Kapuze ist viel wert. Die lasse ich bestimmt nicht hier liegen. Das ist für die Quest. Das lassen wir auch nicht liegen. Das wiegt alles hier nichts. Na gut. Dann gehen wir zu den sonstigen Sachen und werfen wir werfen einmal Drachenschuppen weg. Ich könnte jetzt die Dachenschuppen mitnehmen. Bin auch schnell. Und dann beim nächsten Mal. Vielleicht finde ich auch gar nichts mehr. Hinterhalt geeignet. Seid bereit. Oh. Jermey, das sind so ein paar. Da oben ist eine Truhe. Also wir werden auf jeden Fall die Drachensachen ablegen. Ja, ja, sammeln mich nicht voll. Was war da neben? Ich hasse das. Nein, mein Freund. Tschüss. Hier noch mehr? Scheint mir grad nicht so. Och, die wiegt so viel und die ist kaum was wert. Aber da ist eine Ability drauf. Und von den Drachenknochen und sowas finden wir noch mehr als genug. Ich habe gesagt, er noch einmal Drachenknochen. So. Ja, leichte Rüstung verbessert auf 25. Sehr schön. Ich würde vermuten, wenn ich hier oben die Truhe öffne, was kann. Achso, Eisenpfeil. Hier oben die Truhe öffne, komm hier unten bestimmt noch drüber raus und hier kriegen wir ein Wort. Jawohl. Jeder Stiefel des abnehmenden Feuers. Jawohl. Ah, das Wort müssen wir uns holen. Dann kommen Gegner hier raus. Was haben wir denn hier? Waffe entwaffnen. Okay. Kommt ihr jetzt hier raus? Scheinbar nett. Na gut. Dann wollen wir doch, kommt hier. Was ist das einzige? Was aufgegangen ist? Scheinbar. Das hier ist nicht aufgegangen. Ja, ja. Ja, ja. Ah, man muss in der Nähe stehen, damit die Dinger aufgehen. Alles klar. Das stand ich wohl scheinbar vorher nicht. Kommen da auch Pfeile? Nein. Okay. Bären fallen, damit wir ja nicht da reinlaufen. Ah, gut gemacht, ne? So. Was brauche ich hier? Ich habe nicht den Nötigen Gegenstand. Richtigten Rätseltüren der Nord. Nennt. Ohne die passende goldene Klaue sind sie normalerweise unmöglich zu öffnen. Und da ich mir sicher bin, dass Kalia die schon beseitigt hat, sind wir auf uns allein gestellt. Zum Glück haben diese Türen eine Schwäche, die man nur kennen muss. Eigentlich ganz einfach. Kalia ist ganz in der Nähe, da bin ich mir sicher. Wir sollten weitergehen. Okay, weiter geht's. Oh. Okay. Abgeschlossen, finde Kalia. Okay. Was passiert gerade? Ist das Kalia? Ja. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, gut Goldenlands zu kaufen und die Honigbräubrauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Ja. Ich bin nicht dumm, Merser. Mit euch die Klingen zu kreuzen wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Ich sehe sie da laufen. Mensch. Ach, Merser. Arschloch. Gilt er mich jetzt? Anscheinend nicht. Oh, okay. Doch. Okay. Was passiert jetzt? Ladebalken. Oh. Oh. Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Moment. Ihr habt mich angeschossen. Nein. Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Oh. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Warum habt ihr mich gerettet? Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Merser verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen und damit euren Tod verhindert. Dann stehe ich in eurer Schuld. Warum sollte ich euch glauben? Ihr hättet stattdessen Merser erschießen sollen. Sie hätte Merser erschießen sollen, aber dann wären wir vielleicht auch tot. Naja, warum ich ihr glauben sollte, ist klar, weil man Merser nicht vertrauen kann. Also ich denke mal, dass da irgendwas im Busch ist, aber ich stehe ja eigentlich schon in ihrer Schuld. Mehr als ihr euch jemals vorstellen könnt. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren. Ich hatte nur gehofft, Merser lebend gefangen zu nehmen. Weshalb wollt ihr Merser lebend? Merser muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Wie wollt ihr es jetzt beweisen? Mein Plan Merser ausgerechnet in der Schneeschleier Zuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie. Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Was steht da? Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht könnte man es übersetzen lassen. Enteer, Gallus Freund an der Akademie von Winterfeste. Natürlich. Er ist der einzige Außenstehende, dem Gallus das Wissen um seine Identität als Nachtigall anvertraut hat. Dieses Wort schon wieder, Nachtigall. Es gab drei von uns, mich selbst, Gallus und Merser. Wir waren ein anonymes Fragment der Diebesgilde in Rifton. Vielleicht erzähle ich euch später mehr davon. Zunächst aber müsst ihr mit dem Tagebuch nach Winterfeste gehen und eine Übersetzung besorgen. Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. Okay. Das werden wir machen. Aber, bevor wir das jetzt in Angriff nehmen, liebe Kalia, werden wir einmal auf die Map gucken. Hier müssen wir hin nach Winterfeste. Wir gehen aber mal nach Weißlauf und werden versuchen, das Gold zusammen zu bekommen. Ey auch. Ist okay. Ja. Hier da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Riftorn und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Okay. Ihr seht scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Überhaupt nix. Blödkopf. Ähm. Sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht. Ja. Das sind die DLC Missionen. Das kann ich schon mal verraten. Und darum werden wir uns erst später kümmern. Okay. Wir müssen warten. Ich weiß nicht mehr, wie man warten kann. Das war manuelles Laufen. Entschuldigt meine Inkompetenz. Ich muss mal gerade die Tasten durch probieren. Okay. Auch da nicht. Nein. Ah. Wir warten jetzt. Wir haben acht Stunden. Sollte schnell gehen. und dann hoffen wir mal, dass der gemischt Warenladen von Belletor offen hat. Und er hat geöffnet. Ja, mir gefällt nichts. Ich möchte eigentlich eher Sachen verkaufen. Was habt ihr zum Verkaufen? Dann wollen wir doch mal gucken. Handel. Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. Dann wollen wir mal gucken. Unter den Trennstrich gehen. Und wir gehen mal auf Sonstiges. Belletor hat 757 Gold und das geht genau auf. Wir wollen verkaufen die Dibella Statue. Wir verkaufen 4 Granatsteine. Wir wollen verkaufen. Die Barren nicht. Nein. Wo sind denn die Amethisten? Die sind ganz oben. Okay. Und dann wollen wir noch verkaufen. Einmal Drachenknochen. Und ich habe genau 5000 Gold. Perfekt. tschüss. Ja, ja, mach ich. Jetzt hast du was Schönes da. Jetzt kannst du das auch wieder verkaufen. Was ist denn hier los? Bestimmt, ja, ja. Weshalb die Fede mit dem Clan der Graumänen, die euch gegenüber steht? ihr Dummkopf. Was sonst? An allem ist das Geld schuld. Die Graumänen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Im Gegensatz zu ihnen sind wir stand Kein Wunder dass sie uns beneiden. Alles klar. Von euch krieg ich sowieso nichts gehören. Valia, wer ist der beste Schmied in Himmelsrandtisch? Ja, ist mir jetzt auch egal. Ja, okay, ich brauch mit denen, glaub ich, nicht sprechen. Ja, ja, okay. Ja, ist okay. Darum können wir mal später oder später ja, sabbelnet. Wir wollen jetzt zum Jahl gehen, beziehungsweise zu seinem Assistenten und uns das Haus Briesenheim kaufen. Wir haben 5000 Gold zusammen und können dann mal ein bisschen ausmisten so Provenzus Abernichi Ja, ich möchte ein Haus kaufen. Ich weiß. Ich nehme es. Danke. Ich bin jetzt Bürger, ich habe die Errungenschaft freigeschaltet und gehe jetzt mal ein bisschen mein Inventar aufrollen. Ich werde den Weg jetzt einmal abkürzen, weil ich mich nach Weißlauf schnell reisen lasse und ich da sowieso schon ganz schnell bin. Ja, ja, ist aber nett. Und jetzt gehen wir hier rein. So, Briesenheim ist mein Haus. Es sieht noch ein bisschen spartanisch aus. Das werden wir alles noch einrichten. Aber vorerst ist das schon mal gut, dass wir hier oben eine Truhe haben. Und in diese Truhe werden wir jetzt alles ablegen, was wir nicht brauchen. Wie zum Beispiel das hier. Oder das hier. Oder das. Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Den Eisenstreitkolben behalte ich mal. Aus dem einfachen Grund, falls wir nochmal auf die Einhandwaffe gehen müssen. So, das ist gestohlen, das können wir nicht. So. Packen wir alles hier rein. und schon haben wir auf jeden Fall schon wieder viel Platz. Das meiste werde ich dann hier immer Offscreen machen. Biene im Glas beispielsweise. Hier. Weg damit. Die Barren, die brauche ich jetzt nicht. Das hier brauche ich nicht. Und ich wollte euch das nur einmal zeigen, wie das hier ausschaut. Die Lederstreifen brauche ich nicht. Das Leder brauche ich nicht. Die Granatsteine an sich nicht. Das mache ich dann das meiste immer Offscreen. Das soll jetzt auch erst mal reichen. Wir haben jetzt übrigens gar kein Gold mehr. Was ist hier hinter? Das ist doch viel schöner hier. Warum wohne ich denn nicht hier drin, sondern hier, wo nichts ist? Naja. Ach so. Weil du da wohnst. mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da. Und ich hoffe und denke, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Party Pnyx. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.